Ich meine, da geht es ja in erster Linie überhaupt mal ums Erkennen von Strukturen, die es gibt. Also unabhängig davon, ob da jetzt Veränderungen irgendwie reinkommen. Ich meine, der Schlüssel ist ja überhaupt, dass man mal in so eine Gemütslage kommt, dass man versteht, welche Rahmenbedingungen es gibt. Also was ist die Arbeit, die man macht? Welche Prozesse liegen vielleicht im Produkt zugrunde? Welche Teamstrukturen gibt es? Welche Menschen sollen da arbeiten oder welche Menschen werden dort arbeiten? Und wenn man zumindest mal sich so einen groben Blick gemacht hat über die eigenen Strukturen, dann kann man ja natürlich viel einfach sowas zugehen. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist ja das schon ein Problem, dass man, wenn Veränderungen kommen, dann werden die erst erkannt, wenn sie sozusagen schon vorbei sind an einem oder konkrete negative Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist ja so ein konstantes Reflektieren über, was denn gerade passiert. Und das Reflektieren braucht aber so eine Verständnisbasis, über die man reflektiert, beziehungsweise wo man diese Verbindungen ja überhaupt herstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel keine Ahnung habe, welche Arbeitsprozesse in meinen Teams notwendig sind, dann wird mir das auch nicht auffallen, dass von 20 auf 25 Menschen Dinge sich verändern. Sondern dann werde ich sagen, ja, okay, es sind halt fünf Menschen mehr und dann entsteht noch immer das gleiche Produkt. Also das hat natürlich ganz viele Ebenen, die man sich als Grundlage bauen muss. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass man im Prozess die Dinge erkennt. Aber viel, viel wichtiger ist, überhaupt damit zu starten und schon so ein Grundverständnis aufzubauen, dass man überhaupt alles weiß, was abgeht oder alles erkennt. Weil ohne dem wird das dann sehr schwer, eben Veränderungen auch wieder zu erkennen. Also wenn man dieses Grunderkennen, diese Fähigkeit nicht hat, dann muss man erst darauf gestoßen werden, so ja übrigens, jetzt gibt es irgendwie Möglichkeit für Hybrid-Meetings. Und dann wird man auf einmal, wie? Ich wusste nicht mal, dass wir digitale Meetings machen. Also so auf die Art und Weise. Dann bekommen auf einmal ganz neue Probleme, die man davor gar nicht hatte. Und das finde ich eigentlich relativ wichtig, dass man da ganz, 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 ganz vorne beginnt und erst mal das selbst kennenlernt. Und vor allem, als junge Führungskraft, ich weiß gar nicht, wie wir speziell eine Folge dafür gemacht haben, ich glaube, darauf haben wir jetzt gar nicht so den Blick geworfen, wie man damit umgeht, diese Strukturen überhaupt zu erkennen, sondern ich glaube, wir haben eher darüber gesprochen, wie es überhaupt ist, seine eigene Rolle zu finden als Führungskraft. Aber natürlich wäre ja dann der eineinhalb oder zweiter Schritt, wäre ja genau das. Also wie du es auch immer sagst, quasi die Blicke nach oben und nach außen erst mal zu richten und da wirklich ein aktives Verstehen zu entwickeln, wie Dinge funktionieren, bevor ich überhaupt in irgendwas reingehe. Also wie du es auch immer sagst, wie du es auch immer sagst,